Moin Leute und was geht und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal Produkttester heute mit einem Gewinn wieder ich hab wieder was gewonnen was es ist ich weiß es selber nicht ich hol mal was raus hier ist ein Brief da steht auch meine Adresse drauf und zwar steht drin lieber Produkttester wir gratulieren nochmals recht herzlich zum Gewinn unseres Friesas Nasch Paketes dass du bei deiner Teilnahme am Instagram Gewinnspiel bei so und so gewonnen hast wir wünschen dir viel Spaß mit unseren Naschereien und vielleicht hast du ja Lust unsere Produkte auf deinem Instagram Kanal zu bewerten das mache ich auf jeden Fall ich werde die Produkte auch hier bewerten auf meinem YouTube Kanal und dann soll ich die verlinken und Hashtags verwenden mache ich auf jeden Fall jetzt schauen wir mal was drin ist auf jeden Fall erstmal eine ganze Menge von diesem komischen grünen Styropor Zeug deswegen ich wollte es mit euch testen deswegen ich ziehe jetzt mal das erste hier raus das sind so diese Ufonauten lecker die habe ich früher als Kind sehr gerne gegessen was haben wir da noch schönes drin nochmal Ufonauten nochmal Ufonauten okay eine Tasse nicht schlecht dann habe ich sieht mir nach Marshmallows aus so wie es ausschaut war es das ja es ist ein sehr schöner Gewinn ich freue mich sehr darüber dass ich dann auch noch mal ein bisschen mehr das gewonnen habe ja und wenn euch das Video gefallen hat lasst gerne einen Daumen nach oben dann wenn ihr mich noch nicht abonniert habt würde es mich sehr freuen wenn ihr mir ein Abo da lassen würdet jetzt sehen wir uns beim nächsten Video tschüss